Wieland, du musst uns die... Hä, wo ist Wieland? Also nicht schlagen und wir Trapdoors öffnen, ja? Die Teamleiter bleiben da oben, oder? Ja, okay, okay. Du darfst auch schlagen. Wieland, du musst manchmal Baby durchgeben. Fängt schon an? Ne, ne. Ey, wir müssen richtig toktisch machen. Ja, die Sache ist, wir sollten nicht auf derselben Stelle zu viert laufen. Versucht immer verteilt zu sein. Ich würde jetzt von hier vom Spawn direkt nach links laufen. Geht's schon los? Nein. Geht's los? Doch, klar. Geht's los. Geht's los. Scheiße. Oh, aber jetzt hat Karst was erwischt. Wer ist denn da noch? Digga, Heiko will meine A***. Oh, wir müssen auf Hugo, wir müssen auf Hugo. Äh, Fokus, glaub ich, Fokus ist raus. Fokus ist raus. Fokus ist raus. Sehr gut, sehr gut. Das war der stärkste. Nein, Riolo raus. Ich hab Riolo ge*****t. Ich bin auch runtergebotzt worden. Ich bin auch auf derselben Stelle stehen. Ich bin auch von der Seite gefallen. Ich helf dir, ich helf dir. Renn weiter, Kevin. Pumi raus. Ich hab Pumi, ich hab Pumi. Renn weiter, Kevin. Renn weiter, Kevin. Ja, mach den, mach den. Ja, mach den, mach den. Ja, mach den, mach den. Oh, nein. Nein. Oh mein Gott. Nur noch Kevin, bist du der letzte? Ja, ja, ja. Ich lauf einfach und du, wieviel Schadensschutz hast du noch wieder? Ich hab noch wahnsinnig viele. Chill. Okay, okay. Pass auf, pass auf, der ist bei dir. Pass auf, pass auf. Alles gut, alles gut. Du darfst. Du darfst doch nicht. Oh, er ist unten. Kevin. Ja. Yes. Ja, schön. Mach das Geräusch. Ja. Sehr gut. Digga, Papa Platte, du bist der Beste. Oh mein Gott, diese Klappe. Ich hab mich alle unterschätzt. Gut gespielt, gut gespielt, Leute. Wer hat uns totes Team genannt? Wer hat uns totes Team genannt? Stark. Gutes Team, gutes Team. Schön, gute Arbeit Männer. Müssen wir hoch jetzt oder was? Warte, wir müssen jetzt wieder aufbauen hier, oder? Sollen wir das jetzt machen oder? Ja, ich glaub aufbauen, das ist smart. Warte mal, Gambo, wer hat jetzt gewonnen? Was bringt der Bündnis? Kevins Gruppe hat gewonnen. Ihr chillt jetzt. Also die beiden, die jetzt gespielt haben, chillen jetzt erstmal. Jetzt spielen die anderen beiden Teams. Und die beiden Gewinner sind dann im Finale und das war's? Nee. Und die zwei Verlierer gehen nochmal in eine Gruppe, also in einen Ding für den dritten Platz. Was? Braucht ihr jetzt noch jemanden? Braucht ihr jetzt noch jemanden in den Kopf? Mach mal Best of 3 dann. Ja, dann lass Best of 3 dann machen. Das ist viel zu kurz. Das ist viel zu kurz. Ja, okay. Okay, check. Dann Best of 3, dann die zwei Teams nochmal. Dann ready. Ready. Warte, ich bin noch in den Tankstabler geladen. Ja, okay. Ist das denn Rematch? Nee, Best of 3, Best of 3. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir gewonnen. Dann haben wir komplett gewonnen, ja. Und wenn nicht, dann neue Runde. Riolo, du brichst Carscrafter die Arme, ich brech Pumi die Beine, und paar Platte durchbohrt, Gambos Brustkorb. Okay. Denkt mal dran, wir können nur 100% verlieren, aber 1000% gewinnen. So. Motivation. Was ist euer Call? Boxen oder Affauen? Ready, geht los. Was ist das denn? Nein, Bro. Was? What the f***? Das zählt nicht. Nein, 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 nein. Das zählt nicht. Das ist richtig Scheiße. Das ist echt unnötig. Das ist echt unnötig. Das ist krass. Unnötig, Stegi, schreibe ich in den Chat. Ich hab noch mit einem Real Rap unterstrichen. Geil. Oh Gott, mach ich auch noch mal dahinter. Oh Gotti? Okay, ich zähl kurz für alle runter. Drei, zwei, eins, go. Okay, los. Okay. Oh, hast recht. Nein, Spark! Spark ist raus. Die boxt mich vom Rand runter. Was ist das? Nein, ich bin unten, Scheiße! Ach, Leute. Ach, Scheiße. Nein! Nein, ich auch! Warte, ist das nur noch? Nur noch Kevin? Kevin, das machst du! Kevin, du regelst, komm! Oh, nein, nein, nein! Wie meint das unten? Kevin! Renn, 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 Kevin! Renn bisschen, renn, bisschen! Ich bin am kochen, lass mich kochen, lass mich kochen! Pass auf, du darfst nicht so nah am Rand sein! Ja, das war's, das war's. Nein, 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 das war's nicht, das war's nicht! War's nicht, war's nicht. Wenn ich dir der rennen, werfe ich sie ab. Ich hab nur noch neun Stück. Oh, noch einer unten! Alle 1v1! 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 Wieland, ich vertraue auf dich, ja? Okay, ja. Die laufen nicht die ganze Zeit so... Pass auf, pass auf! Nein! Mein Bad, mein Bad, mein Bad! Egal, nice try, nice try, Bruder. Du hast nur noch vorgemacht. Mein Bad, mein Bad, mein Bad, mein Bad! Nee, wir haben getrunken. Aber übel gut, übel gut! Okay, okay, aber die haben einen Punkt jetzt. 1v1! Aber schöne Runde, schöne Runde. Lauft am besten immer auf diesen, wenn's irgendwie möglich ist, auf diesen, auf den, die Kreuzen halt. Checkt ihr, wie ich mein? Ja, ja, ich check, ich check, ich check. Ja, ja, dass du reintrittisch in die Runde fallen kannst. Auf den Kreuzungen quasi. Mhm. Warte, wir machen jetzt direkt noch ein Rematch. Ja, Mann! Wie, Mann! Wie... Muss man dir das Konzept von einem Best of Three erklären? Ne, ich dachte, da ist noch ein Päuschen inzwischen oder so, für die Muskeln oder so. Ne, ne, wir machen direkt nochmal. Okay. Warte, ich muss doch in Position, Sekunde. Ja. Komm, Leute, wir holen das. Wir müssen die Lachse fertig machen. Bro, ich schaff's nicht da hochzukommen. Digga, das mit den Köpfen ist so geil gelöst. Ja, ja, ja. Okay, 3, 2, 1, go! Okay. Ich lass' euch erst mal machen, ne? Ich lass' euch erst mal machen, bevor ich meine, bevor ich die Britschlande. Weil 16 sind echt nicht viel. Mhm. Vorsicht, Feiße wirst verfolgt. Gambo verfolgt dich. Ich hab Pumi runtergeworfen. Stark, stark. Schön, schön, schön. Oh, noch einer weg, noch einer weg. Halt kurz, runter. Die kickt mich runter, Jungs. Ich versuch' Hugo zu getten. Es ist 4 gegen 2, es ist 4 gegen 2. Ruh, ruhig, ruhig, ruhig. Gambo kassiert, Gambo kassiert. Ich hab Hugo abgeworfen. Schwimmro. Nicht runterfallen, erst mal chillen, chillen lieber, chillen lieber. Gambo's raus, Gambo's raus, Gambo's raus, Gambo's raus, Gambo's raus. Hugo letzter, Hugo letzter, Jungs chill, 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 chill. Hab ihn ins. Oh. Ja. Wir packen das. Uff. Spark ist raus. Oh, ja. Gut, Kevin, gut. Gut, 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 gut. Wunderbar. Oh mein Gott, Digger. Das ist die Rache dafür, dass ich beim letzten Event so unfassbar scheiße war, Digger. Wow, Alter. Oh mein Gott. Das ist das Gewinnerteam hier. Das ist das Gewinnerteam. Oh mein Gott, schön. Hab ich für Skill und Content zusammen getraftet. Boah, geiles Team, Männer. Gute Arbeit, gute Arbeit. Ey, wirklich da oben, diese Windcharges kommen aber auch Baba, Bro. Real Talk. Ja, Digger, Wiener, du bist wirklich American Sniper. Baba-mäßige Windcharge. Holy shit. Ich hab nur die Hälfte benutzt. Jetzt einmal unten alles umklappen und die anderen beiden Teams aufs Feld. Baba Windcharges. Oh mein Gott. No-Drop, Kevin. Du bist crazy in dem Game. Boah, Digger. Gute Arbeit. Kevin ist am Ackern. Ich seh auch immer Reole random diesen einen First Blood machen. Das ist auch wichtig. Bruder, und Spark ist so im Fokus, er redet nicht mal. Geil. Genau das brauchen wir. Spark ist locken. Spark hat Tunnelblick. Geil, Spark. Hab nicht viel zu erzählen grad, was soll ich sagen? Ihr seid da auch so im Fokus. Ja, hast recht, doch. Nein, das ist genau das Mindset. Genau, man. Real Talk. Wieland, du warst krass. Danke. Danke, Stig. Ich glaub, ihr wart echt richtig gut, Mann. Reol, du hast mir ein Bett eingesammelt. Wir haben es echt gut mittlerweile gemacht, wie wir das so... Also, Wieland checkt, wann er die Dinger werfen muss. Reol, du hast mir ein Bett eingesammelt. Hatten ihr so richtig mit Dread und alles? Muda, ich sage ja. Muda, du wurdest dir f***, oh mein Gott. Alter, ich wucke f***, vier gegen alt, hä? Ich hab aber davor auch schon zwei deiner Team jetzt mal geworfen. Aber du weißt, welches Event besser ist. Nervous of Payment besser. Beide Teams ready? Morgen 19.30 Halloween Event. Die Teamleiter einfach ein okay bitte? Ich würd da mal anfangen, jetzt mal zu planen einfach. Ja, okay, ciao. Gehen wir in diese große Gruppe rein oder bleiben wir hier? Lass die hier bleiben, oder? Ich will rein. Okay, okay, okay. Die Windcharges kannst du halt damit am meisten machen. Nur durch Trapdoors ist ja einfach nur ein Boxen dann irgendwie so. Laufen und Boxen. Aber mit Trapdoors aufklappen, da passiert nicht viel. Lose ich gar nicht mal, die aufzuklappen. Ich bin einfach nur rumgehen und spiel da Boxen. Hoffnung, sie fallen. Sind die Teams ready? Logo, Basti, beide ready? Ja? Okay, dann drei, zwei, eins, go. Nein, die Reds don't f*** auf meinem T-Shirt ist OG. Okay. Boah, ist das geil, das von oben mal zu sehen. Von hier oben sieht das so, also da unten ist es komplett different. Ja. Voll. Oh, das ist schon hier runter. Es ist ein 4 gegen 3. Die Jones haben schon direkt einen verloren. Ich sag, ich sag, Mainz f*** immer auf Fabo. Fabo fokust, glaub ich immer eine Person raus. Guck mal, Fabo Combo, 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 Combo. Ja, ja. Richtig ekelhaft. Ja, wir müssen auf jeden Fall Fabo Combo, ne? Ja, ja. Nee, die Sache ist, ich glaub, gegen Fabo müssen die immer, also nie ein 1v1 gegen Fabo. Es müssen immer zwei um Fabo sich scheren. Ja. Wenn Merde jetzt jetzt 1 gegen 3 klatscht, maybe. Oder Fabo wird das Windchargen ziehen. Ja, ja, ja. 1 gegen 2? Oh, nee! Oh, scheiße. Oh, ja, also, ich glaub, sobald jemand auf der so halfway am Rand ist und Fabo 1v1 wird, ist over für die Person. Und wir müssen immer umschauen, ob man helfen kann. Okay, jetzt zweite Runde. Wer ist Team Captain von den Clownfischen? Oh, Merde raus. Oh. Oh, wann ist nochmal das Halloween-Event morgen? 19.30 Uhr. Krass. Wie du das fragst, du kannst einfach rumgucken. Du kannst einfach rumgucken, oder? Ja, das würde ich umgeben. Logo gegen Basti. Logo ist es. Oh, nächster raus? Team Basti. Fabo ist raus. Fabo ist raus, oder? Ja, Fabo ist raus. Also bei den beiden Teams sind Fabo und Marcel wirklich die kritischsten Kollegen. Aber hier ist einfach randomized auch. Also hier kann sehr viel passieren. Also meine Stratter an euch wäre, wenn ihr gleich spielen müsst, sagt sowas wie, ja, nee, aber Fabo hat doch eigentlich Teamleiter, der muss jetzt auch mal wieder oben werfen. Oh, Philo gegen Noreax. Wer gewinnt das? Oh mein Gott, hartes Ding von Basti. Das war krass. Digga, das ist komplett crazy. Oh mein Gott, Basti hat die genutzt. Totally crazy. Okay, 3, 2, 1, go. Geil Arsch, okay. Oh, die Windcharts sind so geil verhoben, ne? Okay, das ist das dritte Game von drei. Oh. Wer ist das? Wer war das? Zwei Leute raus. Noreax und Felix. Ach, stimmt. Fah aus und drin. Warum ist Realtalk? Wenn Fabo jemanden verfolgt, da muss einfach... Ja, ja, guck mal, das was Kausow grad bekommt, darf uns nicht passieren. Kausow wird grad von Fabo komplett separiert. Uh, uh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Das ist das. Oh, crazy. Damn. Basti ist raus, oh mein Gott. Stark. Da müssen wir Loser-Bracket gegen gehen. Die Drowns sind raus. Jetzt Loser-Bracket, oder? Drei, zwei, eins, go. Achte auf die Köpfe, Felix. Und dann? Achso, mein Haus. Okay, nächste Runde. Das ist jetzt quasi das Loser-Bracket, ne? Ja, Spielung Platz drei. Okay. Das Loser-Bracket. Fabo? Steh gern. Wie geht's dir? Super. Freut mich. Wie geht's dir? Okay. Okay, okay, okay. Der erste Lachs ist raus. Der erste Nacken ist weg. Hey, das ist alles da. Digga, Chaos-Flo wollte sich nochmal reinschleichen. Der wollte gerade über dem Wasserfall nochmal hoch und wollte nochmal weitermachen. Was geht denn da ab da hinten? War Hugo gegen Noriaks? Interessanter Fokus. Ah? Das ist ja crazy. Stegi wollte auch gerade hier nochmal rein. Oh, 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 einfach runtergad. Oh mein Gott. 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 Die Johnsons haben gewonnen. Crazy. Die Johnsons. Digga, das ist richtig geil. Das macht richtig Spaß. No-Joy. Oh mein Gott. Ich glaube, Basti holt das. Fähig. Du noch Hugo von meiner Team. Oh mein Gott. Also Hugo kann jetzt one-reforten. Oh mein Gott. Eins, drei. Okay. Sigma-Modus. Aber guck mal, das haben wir auch nicht so gedacht. Andi, wir müssen jetzt gerade nicht reden. Bobo ist im Call. Hey, warum? Achso. Oh. Also, es ist nicht nur ich, Hugo auch. Ja, aber du bist der Fick-Vergner. Fäger, Hugo kann das echt nicht machen. Ja, das ist... Ja. Es ist noch nicht over, sag ich. Was macht der? Boah, das ist fuck crazy. Um unseren Kampf auszutragen, Rione, du, deine Beharrlichkeit ist super wichtig. Papa Platte, du bist der Klatsch-Spieler. Spark of Phoenix, du bist der Ruhige, du bringst die Gelassenheit in das Spiel. Ich brems euch alle. Und Komatra ist der Sniper und ich bin das Maskottchen. Ich bring die Moral nach oben. Boah, wie geil aus von hier unten. Oh mein Gott. Und dementsprechend müssen wir jetzt kämpfen, um zu gewinnen. Sind wir da, um zu verlieren? Nein. Sind wir da, um zu gewinnen? Ja. Ja. Wir sind ready. Drei, zwei, eins, go. Okay, okay. Es geht los. Nur schlagen, nur schlagen. Oh, warte, ich kann gerade nichts. Auf Fabo, auf Fabo, Betty. Sekunde. Schau dir genau auf mich. Willer, wir brauchen dich. Ja, ich werfe auf Fabo, ich werfe auf Fabo. Oh mein Gott. Ich werfe auf ein bisschen ab. Oh, Fabo und ich sind beide down. Fabo und ich sind beide down. Ich auch down. Wack auf, wack auf. Zwei gegen drei. Zwei gegen drei, Jungs. Oh. Ich sage, zwei gegen Fabo ist ein guter Trade tatsächlich. Rett mal ein bisschen weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Pass auf, pass auf, pass auf. Renn weg, renn weg, wenn es geht. Ich kann nicht mehr spinnen. Ich kann nicht mehr spinnen. Rihode, du musst helfen. Nicht essen. Ich muss, ich muss, ich muss. Elina ist raus. Oh nein. Rihode, Solo. Oh nein. Nein, Rihode, du kannst doch helfen. Du kannst doch nicht einfach essen. Ich konnte nicht sprinten. Bro, ich musste auch essen. Aber wieso ist ihr denn, wieso esst ihr denn nicht voll, bevor es losgeht? Ich war voll. Bro, ich konnte auch wieder nicht sprinten. Ich konnte wieder nicht sprinten. Nein, Jett, ich konnte nicht sprinten. Real talk, ich konnte nicht sprinten. Aber hast du dann folgendes noch vor? Real talk, ich konnte nicht sprinten. Okay, drei, zwei, eins, go. Okay, okay, okay. Vorsicht. Einer raus. Schön, schön, wer ist raus? Fabo? Nee. Fokus, fokus auf Fuchsel. Hier. Fabo, Fabo. Ja, 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 jetzt, jetzt. Hier müssen wir ein bisschen, oh, Kevin, Vorsicht. Ja, alles gut. Ich bin raus. Das ist gut, das ist gut. Oh, Vorsicht, Spark. Oh, mein Gott, okay. Echt? Vorsicht. Fabo will mich, Fabo will mich. Spark ist raus. Ich helfe. Nein. Oh nein. Fabo, Fabo, Fabo. Gute Arbeit, Gute Arbeit, Gute Arbeit. Ich bin down, ich bin down. Ja, wir haben verloren, wir haben verloren. Egal, egal, Reverse Sweep. Ich habe zu viel auf Fabo fokussiert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nur Fabo angeschaut, ich habe die anderen nicht so gesehen. Wir könnten auch, wir könnten auch, wir könnten auch, wir könnten auch, wir könnten auch instant bei uns hier nennen, alle haben wir auch umgedrehen. Checkt ihr? Ja. Okay. Das hat niemanden genommen, oder? Helfen, helfen, helfen. Nee, hat niemanden genommen. Ich habe Felix. Geil. Schön. Ich komme zu Elina. Wir müssen zu Ding. Schreibt euch Fabo vielleicht. Ich werde Fabo jetzt ab, pass auf. Ja? Ach, schade. Schade. Oh Gott. Sorry, sorry, sorry. Oh, Feister, pass auf. Nein. Bokse, 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 bokse. Warte, ich bin einfach auf Elina. Oh nein. Scheiße, ich bin rückwärts gelaufen. Wie dumm. F***, Digger. In diesem Finale bin ich noch nicht so gut gerade. Oh, Schau mir, ihr Fe... Ich habe keine Windchartes mehr. Ist alles ihr, alles ihr. Ich habe keine Schartes mehr. Alles ihr. Fabo raus, Fabo raus, Fabo raus. Sehr gut. Die Elina raus. Nur Fuchsel, nur Fuchsel. Nein. Nein. Oh, pass auf. Alter, wie viel Schartes hat er bitte? Kevin, kannst du vom Ding weggehen? Ich bin sonst verwirrt. Oh, sorry. Oh mein Gott, ja, sorry. Ich habe voll vergessen. Ich dachte, wir haben verloren schon. Ich habe jetzt schon. Ich brauche es auch so gut. Nein. Meister, komm. Eins gegen eins. Das kann nicht sein. Hatten wir ja die Charges mitgezogen. Oh mein Gott, ich wurde genommen. Nein. Mann, wir dürfen doch nicht, wenn wir so gegen jemanden Sohle machen, dürfen wir doch nicht einzeln gegen die gehen. Ihr wart zu viert gegen... Wir dürfen doch nicht einzeln gegen die Fighten. Das ist so Quatsch. Oh mein Gott. So verliert man immer in CS. Ihr wart ein tolles Team, wirklich. Also 0-3 zu werden ist schon, aber trotzdem auch krass. Ja, Bruder, ich sage auch ganz ehrlich, Wieland, da gingen die Windlinger auch oft gegen den Kopf von den AC. Ja, 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 es war schwierig. Also das war, wenn ihr so mitten im Kampf seid, das war auch, ich habe auch ein bisschen verkackt. Ja, das war auch nicht meine beste Runde, leider, muss ich sagen. Ja, ich habe, ich habe das, ich habe das Finale geintet, Leute. Ich war am Anfang richtig gut. Kleiner Applaus an unser Team für uns. Ja, ja, wir haben quasi gut gespielt. Wir haben ein bisschen geintet im Finale, alle auf, jeder hat auf seine Art und Weise geintet, aber wir haben all in all als Team gut gespielt. Warte mal, ich stehe gar nicht bei unserem Team, fällt mir gerade auf. Ich stehe bei irgendwen anders. Ihr habt Spaß und Freude gewonnen. Spaß und Freude.